Sie sind hier, 11. Juli 2018, 13.23 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Der SV Schalding Heining trauert um einen seiner Spieler Urheberrecht Imago Regionalligisten SV Schalding Heining trauert um seinen Spieler Edwin Hodgic Der Saisonbeginn des Vereins ist abgesagt. Der Bayerische Regionalligist SV Schalding Heining trauert um seinen Spieler Edwin Hodgic Der Mittelfeldmann aus Österreich erst seit Sommer im Verein, sei im Alter von 23 Jahren verstorben, teilte der Klub am Mittwoch mit Fremdverschulden wird ausgeschlossen über die Umstände des Todesfalls wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei im österreichischen Traun-Balance, dem Wohnort von Hodgic, schließt ein Fremdverschulden aus. Eine Obduktion solle die Todesursache klären, die ganze SVS-Familie ist in tiefer Trauer und fassungslos, hieß es vom Verein. Hodgic sei ein sympathischer, ehrgeiziger und vor allem immer freundlicher Mensch gewesen, Der schnell viele SVS-Herzen innerhalb und außerhalb der Mannschaft gewonnen, habe Der frühere österreichische Zweitligaspieler hatte in den Vorbereitungsspielen mit starken Leistungen überzeugt. Saisonbeginn abgesagt Der für Freitag angesetzte Saisonauftakt von Schalding-Heining beim SV Heimstätten wurde kurzerhand abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Punkt. Wir sind alle geschockt und nach Fußball ist gerade keinem zumute, sagte SVS-Sportchef Markus Clemens lokalen Medien. Punkt.